Mutig. Was? Ganz allein, mitten in der Nacht, per Anhalter. Mutig. Mir passiert schon nichts. Ich mag mutige Frauen. Gefallen mir. Trifft man nicht oft. Hey, wo fahren Sie? Ah, kurzer Zwischenstopp. Sie wollten mich doch voll zur Autobahn. Ja, mache ich. Gleich danach. Wonach? Ich bin Otto übrigens. Meister. Hey. Ich muss doch kurz was erledigen. Oh, shit. Hallo. Ich hab Sie gesehen. Ist was passiert? Brauchen Sie Hilfe? Nein, nein. Danke. Es ist wirklich alles in Ordnung. Sicher? Ja. Ich bin unterwegs. Herr Anhalter. Mitten im Wald. Mitten in der Nacht. Wir hatten Streit. Wir? Nein. Mein Freund und ich. Hat mich einfach aus dem Wagen geworfen. Ziemlicher Idiot, Ihr Freund. Vollidiot. Ach, äh, kann ich Sie mitnehmen in die Stadt? Echt? Sicher? Ja, gerne. Ja. Ähm, wohin genau müssen Sie denn? Ich kann da nicht mehr hin, zurück. Verstehe. Na ja, wollen Sie nicht erst mal einsteigen? Ja, natürlich. Ich heiße übrigens Georg. Maite. Danke. Meinen Rucksack, den hab ich liegen lassen. Ich hol den doch schnell, ja? Ja. Vorsicht! 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 Scheiße! Scheiße! Scheiße!